Oh mein Gott, Leute, welches Auto wird die Laserrampe überleben, Leute? Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 1.000.000 Abonnenten. Und wir testen zuerst den Bentley, Leute. Let's go. Wird der Bentley es schaffen? Oh, oh, ja, an den Laserstrahlen vorbei. Oh mein Gott, nein. Nein, Leute, wie knapp. Der Bentley hat es ganz knapp nicht geschafft. Okay, Leute, als nächstes testen wir den Audi RS6, Freunde. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Der muss es jetzt schaffen. Wird er die Laserrampe überleben, Leute? Wenn er es schafft, dann müsst ihr jetzt alle liken und abonnieren. Und er hat es leider nicht geschafft, Leute. Leute, lasst jetzt trotzdem alle ein Like und ein Abo da. Tschüss.